Hallo! Ach, du machst gerade einen Film mit uns. Ich dachte, sie hat ein Selfie gemacht. Erzählt, wo gehen wir hin? Keine Ahnung, wo gehen wir hin? Weiß ich nicht. Wir gehen, es wackelt voll cool, wir gehen auf ein Fersengald-Konzert. Yay! Das heißt, wir haben heute keinen Gaming-Friday, sondern ein Konzertbesuch ist im Anmarsch und darüber berichten wir euch dann auch noch ausführlich und jetzt sind wir gerade noch beim Essen vor dem Konzert und wir machen uns gleich auf den Weg. Das, was sie sagt. Nein! Nein! Röliges Händchen halten! Röliges Händchen halten! Hilf mir!